Wie kann ein bereits geschriebener Text vollständig in Groß- und Kleinbuchstaben formatiert werden? Wenn man einen Text schreibt, dann kann man natürlich mit der Shift-Taste, mit der Feststelltaste einen Text größer oder kleiner schreiben. Aber wenn ich schon einen fertig geschrieben habe, wie hier zum Beispiel Landeshaupt, dann gehe ich hier auf Format, wähle hier den Eintrag Groß- und Klein-Schreiben und kann dementsprechend hier Großbuchstaben wählen. Oder ich könnte auch hierher gehen zum Beispiel und könnte dann alles als Kleinbuchstaben formatieren. Jetzt ist wirklich jeder Buchstabe dann klein geschrieben.